Jetzt sehen Sie einen Interpreten, den Sie beispielsweise gesehen haben bei der Gruppe Wallenstein. Er war der Solist, nun ist er Solist ohne die Gruppe, aber mit seiner eigenen Gruppe. Kim Merz, so heißt der Interpret, also Kim Merz und seine Gruppe mit dem Titel Der Typ neben ihr. Das ist die Endziffer 6. Es ist Sperrstunde. In dem kleinen Café und am Tisch bei der Tür sitzt eine Dame vor mir, die ich zum ersten Mal seh. Sie sieht sehr gut aus, doch sie ist nicht allein. Und der Typ neben ihr trinkt ganz lässig sein Bier. Das Leben ist manchmal gemein. Wirklich, alles gäbe ich dafür her. Oh, alles gäbe ich dafür her. Ja, alles gäbe ich dafür her. Wäre ich jetzt der Typ neben ihr. Oder noch viel besser. Käme die Kleine gleich mit zu mir. Ihr tiefer Blick. Oh, mir wird ganz heiß, denn nun merke ich genau, dass gerade diese Frau von meinen Wünschen weiß. Doch der Typ neben ihr hat es nicht mal gecheckt. Mein leidenschaftlicher Weg und ihr Lächeln zurück. Zum Glück hat er es noch gar nicht entdeckt. Wirklich, alles gäbe ich dafür her. Oh, alles gäbe ich dafür her. Ja, alles gäbe ich dafür her. Ja, wäre ich jetzt der Typ neben ihr. Oh, alles gäbe ich dafür her. Alles gäbe ich dafür her. Wäre ich bloß der Typ neben ihr. Ich weiß genau, ja, alles gäbe ich dafür her. Oh, alles gäbe ich dafür her. Ja, alles gäbe ich dafür her. Wäre ich jetzt der Typ neben ihr. Oh, alles gäbe ich dafür her. Und hier wäre ich jetzt der Typ neben ihr. Das war Kim Merz und seine Band mit der NCV 6.